Musik So, aber rein theoretisch können wir hier schon mal anfangen, wenigstens das Gras wegzumachen. Und das Terraforming hier wird ein ganzer Spaß. Aber ich denke mal, das kriege ich ganz gut hin. Hier ist es halt, wie gesagt, ein bisschen steiler. Hier können wir das auch dabei belassen, dass es relativ steil immer verläuft. Hier der Übergang wird schwer von diesem mega steilen zu dieser etwas unsteileren Ebene. Das ist aber sehr steil. Theoretisch muss ich hier, ich muss hier alles wegmachen, was Rasen angeht. Weil sonst sieht das so aus, als würde hier gleich der Rasen wieder anfangen und das darf es nicht. Das muss wirklich so aussehen, als wäre der Bär komplett hier runtergegangen einfach. So, und jetzt müssen wir theoretisch hier einmal, okay, das ist aber alles relativ machbar, glaube ich. Ich freue mich auch schon, wenn ich einmal die Welt re-logge, wenn ich mich neu einloggen werde, werden hier, glaube ich, noch so viele Blöcke schweben, die ich wegmachen muss. So, okay, also das hier würde ich auf jeden Fall abbauen. Hier würde ich das fortführen. Und dann könnte hier irgendwann was dazukommen. Heißt, wir können das hier definitiv alles schon mal wegreißen. So, und das würde ich jetzt sogar erst mal drei Blöcke weiter nach unten fortführen. Falls es am Ende nicht passt, kann man es ja alles nochmal ändern. Das sollte ja dann kein Problem sein. Das ist jetzt für euch wahrscheinlich alle ein bisschen komisch, weil ihr, glaube ich, das euch nicht so vorstellen könnt, wie es gerade in meinem Kopf ist. Aber ich glaube, das wird gut, ich glaube, das wird gut. So, von hier aus sieht das schon echt relativ gut aus. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher. Das sieht so ein bisschen, das sieht unnatürlich aus, einfach weil hier zu viele Ebenen drin sind. Ich glaube, wenn wir das einfach cleaner und gerader machen, sieht das wahrscheinlich viel, viel natürlicher aus. Hier sind einfach zu viele Ebenen drin. Das ist, glaube ich, wirklich das entscheidende Augenmerk, was hier gerade echt nicht gut läuft. Hier ist genau nochmal so eine gleiche Frage, wie wir letzte schon hatten. Hier steht, was glaubst du war vor der Entstehung des Universums da? Das ist auch sehr interessant, weil dafür gibt es ja jetzt keinen direkten Beweis oder sowas. Es gibt ja die Theorie, ich bin der Meinung, es ist eine Theorie, dass der Urknall einfach entstanden ist und dass davor, vor diesem Urknall, der ja das Universum geschaffen hat, dass vor diesem Universum einfach nichts da war. Das ist einfach eine, es war einfach eine schwarze Mini-Kugel, also wirklich eine Mini-Mini-Mini-Schwarze Kugel, die kleiner ist als ein Bleistift. So eine Mini-Schwarze Kugel, dann ist sie explodiert und seitdem weitet sie sich über das ganze Universum aus. Das Universum wächst ja auch stetig, also das Universum wächst und wächst ja weiter, da gibt es ja momentan noch kein Ende. Ich sage übrigens jetzt relativ oft, dass es eine Theorie ist, weil ich halt wirklich nicht weiß, ob es irgendwas gibt, was bewiesen ist zu dem Thema. Aber man weiß es halt nie genau und ich bin der Meinung, vor dem Universum gab es einfach wirklich, wie gesagt, nur mit einem kleinen schwarzen Klumpen voller Masse, den wir uns, glaube ich, von der Masse, die er hatte, gar nicht vorstellen können. Die so kompr-, das war so eine riesige Masse, die so komprimiert gewesen ist, dass du dir es wirklich nicht vorstellen kannst. Und irgendwann ist diese riesige kleine Masse explodiert, dann ist das Universum entstanden. Seitdem breitet es sich aus und ich bin der Meinung, sobald das Universum, weil es breitet sich immer mehr aus und irgendwann gibt es nicht mehr genug Teilchen, damit es sich ausbreiten kann, beziehungsweise irgendwann wird irgendwas passiert dann, Leute. Ich habe so Randinformationen, aber ich habe keine genauen Informationen und deswegen kann ich nur, naja, darüber reden. Aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass sich irgendwann dann das Universum, wenn die Teilchen aufgebraucht sind, sich das Universum zusammenzieht und das Universum dann, naja, wieder zu einer kleinen Form oder zu einer kleinen Kugel wird. Äh, zu einer kleinen schwarzen Kugel. Leute, hat einfach den Pfeil abgewehrt. Zu einer kleinen schwarzen Kugel, dessen Form, was passiert hier? Ah, dessen Form und dessen Masse wir uns nicht vorstellen können. Ich glaube, dieser Kreislauf wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Das ist so meine Theorie über das Universum. Ich finde aber so Theorien und sowas an sich mega spannend, Alter. Sowas fesselt mich auch immer. So allein die Vorstellung, stellt euch mal vor, wir werden alle oder das hier, das Leben, was wir leben, wäre ein Computerspiel. Stellt euch mal vor, dass irgendjemand ein Computerspiel programmiert hat und dieses Computerspiel ist halt das, in dem wir leben. Und stellt euch vor, hier, dieses Minekraft, das ich spiele. Stellt euch mal vor, das wäre das Leben. Schon heftig. Oder hier, Sims. Sims ist ein richtig gutes Beispiel dafür. Stellt euch vor, Sims, die Charakter, die dort rumlaufen, haben ein Leben, einen Kopf genauso wie du und ich. Weißt du, der Kopf kann sich das gar nicht vorstellen und es ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht so. Weil letztendlich funktioniert ja ein Spiel genauso wie ein PC über Ja und Nein sagen. Aber trotz dessen so, allein die Vorstellung davon, was wäre, wenn es wirklich so ist, ist so heftig, dass es keinen Gott gibt, sondern einfach irgendeinen kleinen Jungen, der in seinem Zimmer sitzt und gerade das spielt und mich zum Beispiel steuert, wie ich hier gerade aufnehme. Oder euch steuert, wie ihr gerade auf YouTube seid und vielleicht irgendwas macht. So Leute, also ich bin jetzt hier fertig mit dem Terraform und ihr müsst sagen, wenn ihr euch das Ergebnis am Anfang des Videos anguckt und das jetzige, es ist schon heftig gut geteraformt, oder? Also ich muss ehrlich sagen, würde ich hier einfach vorbeikommen, könnte ich mir kaum denken, außer so ein bisschen, weil die Erde fehlt halt, ne? Ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Irgendwie irgendwas gefällt mir zwar noch nicht so richtig, aber irgendwie auch schon, irgendwie doch, irgendwie auch, irgendwie auch schon. Ich glaube, das, was fehlt, sind immer diese Einkerbungen, wisst ihr? Hier, dass es hier auch mal unter, drunter geht, wisst ihr? So auf den vielleicht, so wisst ihr vielleicht das so. Ja, irgendwie, doch, so sieht's auch wieder besser aus. Doch, 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 das, doch, das sieht sowas von besser aus. So lasse ich das wirklich jetzt, jetzt hole ich kurz noch Erde mit meiner Behutsamkeit schaufel, schaufel das da alles noch weg. Und wir haben auch schon wieder eine Doppelkisse hier übrigens an Stein voll und unsere Pick ist auch fast kaputt. Ich muss sie mal wieder dann reparieren gehen. Theoretisch könnten wir die auch dann ganz easy reparieren, indem wir einfach mit unseren Villagern handeln, die wir ja jetzt hier haben. Oh, der ist so süß. Ich finde das so süß, wenn die den in den Blumen geben. Hä? Wo ist der Villager hin? Was? Hä? Wie? Lol? Wie hat denn der Villager das da reingeschafft? Wie geht denn das? War... Lol? Leute, ich verstehe es nicht. Hilfe. Wie hat er es von da nach da geschafft? Der hat doch nicht mal eine Chance, hier rauszukommen, oder? Es macht so maximal gar keinen Sinn. Also wirklich, es macht gar keinen Sinn. Nicht zu ändern. Wie gesagt, mit denen könnten wir dann auch traden. Ich habe auf der Behutsamkeit Schaufel noch nicht mal Reparatur. Das ist aber gar nicht gut. Irgendwann müssen wir dann definitiv auch nochmal losgehen und Diamanten suchen. Aber mit irgendwann meine ich wirklich irgendwann. Weil ich momentan, um ehrlich zu sein, nicht so motiviert bin dazu, wirklich jetzt loszugehen und irgendwas zu fahren. Weil letztendlich haben wir voll... Also wir haben so lange nicht mehr gebaut. Und jetzt will ich hier irgendwie auch mal gönnen, Alter. So, hier. Hier kommt jetzt erstmal... Oh, kostet aber alles ganz schön viel. Behutsamkeit und Reparatur. Ja, und da haben wir wieder schon wieder... Ja, wir haben nur noch 18 Level, Leute. Warte, wollte ich nicht ne... Ich wollte da ne Behutsamkeits-Schaufel mit runternehmen. Ach, da. Hä? Bin ich dumm? Okay, ich hab jetzt grad irgendwas richtig dumm falsch gemacht. Ich weiß noch nicht was, aber hier ist auch noch keine Reparatur auf der Schaufel. So, Reparatur, Reparatur, Reparatur. Reparatur, Reparatur. So, okay. Jetzt aber. Keine Ahnung, was da grad passiert ist. So, und mit dem hoffentlich... Mit dem hoffentlich ausreichenden Gras und vielleicht ein paar Gerüstblöcken, die ich mir noch hole. Hier miaut irgendwas. Irgendwo miaut hier was. Ich weiß aber nicht wo. Da oben. Hallo, Mieze. Mieze, das Problem ist, wenn du hier bist... Ohoho. Alter, das ist jetzt richtig gemein. Es tut mir leid. Leute, das Problem ist, wenn die Mieze hier ist, explodieren hier überall Creeper und dann haben wir überall Löcher. Es tut mir leid, Leute. Eigentlich bin ich ein echter Katzenfreund. Meine Freundin hat eine Katze. Und die ist so süß. Die ist so süß, Leute. Die ist so süß. Sieht man auch immer Bilder auf Instagram. Leute, die ist so niedlich. Die ist so toll. Also bitte verurteilt mich jetzt nicht. So, Leute. Und jetzt kommt hier ganz entspannt. Immer nur ein bisschen. Nicht allzu viel. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir mit den Erdblöcken ein bisschen entspannt umgehen. Weil wenn wir jetzt hier zu viel setzen, sieht es auch wieder unnatürlich am Ende aus. Es muss so ein gesundes Mittelmaß sein. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, vielleicht... Vielleicht tut man da nochmal einen Block weg. Und schon... Ah, nee, nee. Nee, stopp. Eine Sache... Eine Sache finde ich noch blöd hier. So. Und dann so. Jetzt. Jetzt gefällt mir es. Ja, also, Leute. Kommt. Seid ehrlich, wenn jetzt hier nicht alles gerade wäre. Also, wenn hier so ein bisschen herein wäre. Ist ja jetzt alles gerade. Sieht natürlich nicht natürlich aus. Aber wenn nicht alles gerade wäre und ihr hier lang gehen würdet. Würdet ihr denken, der Abteil ist unnatürlich? Würdet ihr denken, der wurde gebaut? Von einem Typen, der hier das gemacht hat? Safe nicht, oder? Also, selbst ich. Ich muss sagen, der Teil, da gefällt mir sogar am meisten. Also, da würde ich safe überhaupt nicht mal annähernd erkennen. Aber hier vielleicht so ein bisschen. Wenn mir jemand sagen würde, yo, wo ist hier was unnatürlich gebaut? Würde ich schon denken, der Teil. Aber sonst, das ist doch... Das ist top. Das gefällt mir richtig gut. Das habe ich richtig gut hinbekommen. Leute, langsam nimmt das Projekt hier echt coole Ausnahmen. Ich sage, mir gefällt das langsam richtig gut. Dass wir hier ordentlich klarkommen. Dass wir ordentlichen Stuff haben. Dass wir nicht mehr jede Folge gefüllt für alles unendlich lange fahren müssen. Dass wir auch mal drauf losbauen können. Und warum spawnen hier so viele Katzen? Was wollt ihr denn hier? Warum? Das macht gar keinen Sinn. Alter, das tut richtig weh, dir anzuschießen. Ne, aber wirklich jetzt. Warum spawnen hier so viele Katzen? Wir sind nicht mehr in einem Biom, wo die Katzen irgendwie spawnen könnten. Wisst ihr, wie ich meine? Oder wo es Sinn machen würde, dass sie spawnen. So, Leute. Und jetzt zeige ich euch noch eine kleine Überraschung am Ende der Folge. Ich laufe mich jetzt mal kurz noch ein. Guckt mal. Ganz viele fliegende Blöcke. Cool, oder? Ist richtig cool. Muss man wirklich sagen. Ne, das liegt einfach daran, wir haben die Blöcke zu schnell abgebaut. Und dann hat mein PC sie nicht erkannt. Aber mein Texture Pack schon. Und dann waren sie weg. Aber für den PC waren sie halt noch nicht weg. Und jetzt fliegen die hier alle noch rum. Heißt, wir müssen die noch abbauen. Aber ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich werde jetzt offscreen ein bisschen mit den Villageren relativ viel handeln. Damit wir auch unsere Tools mit den Leveln von den Villageren mal wieder voll bekommen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns an kleinen Sachen wie die Kisten hier umzusetzen und alle zusammenzubringen. Hier einen Boden reinzuziehen. Die ersten Planungen zu machen natürlich. Ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen. 17 Uhr zur nächsten Folge wieder. Werde, bis dann. Und ciao, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.